Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Aragami. Ja, ich habe gerade das Spiel gestartet, ne, sieht man ja. Wir sind wieder, ja, vor unserer Lieblingsabteilung, Wind. Und zu meiner Überraschung, wie habe ich gemerkt, dass ich wieder mal ein Trottel bin. Was? Überraschung? Nein, das ist Standard. Wir brauchen da nicht mehr rein. Außer zum Gegnerklatschen, glaube ich, ich schaue mal ganz kurz, leben die Gratler wieder? Oder sind die alle verstorben? Hey, schaut mal, die sind alle weg. Niemand ist mehr da, ne? Super, das hat vollgezählt. Ich habe mir eingebildet, irgendwie geweibt zu sein, ne? Und hatte irrsinnig große Sorgen, dass das alles hier nicht gezählt hat. Es hat zu meiner Freude gezählt. Zu meiner unglaublich großen Freude. Kann ich da rauf? Ich meine, so richtig da rauf? Da oben habe ich noch gar nicht kontrolliert. Oh, 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 oh. Wartet mal. Das muss ich schnell schauen. So, normal müsste ich hier hoch dürfen. Ja. Da oben war ich noch gar nicht. Entschuldigt bitte kurz. Aber jetzt nicht im Ernst. So, jetzt sind wir bei Zelda. Aus ist. Schau mal, das Dreiforce. Da, schau. Das muss auch eine japanische Legende sein. Gibt es hier das Dreiforce? Äh, was wollte ich sagen? Ich wollte nur schauen, ob da oben vielleicht eine Schriftrolle versteckt ist. Weil da waren wir definitiv noch nicht. Und da haben wir auch eine tolle Übersicht. Ähm, was wollte ich sagen? Ich bin so froh, ich hatte so unglaublich Angst, dass das alles nochmal von vorn passieren muss. Und wie gesagt, ich musste mir gerade die Nase putzen. Weil, ähm, ja, die war der Meinung, sie muss jetzt zum Triefen anfangen. Und das musste ich verhindern. Das, das, das geht so nicht. Und, äh, ja. Da sprach mich, ähm, Yamiko an und sagte, äh, ja, wir brauchen jetzt nur noch, also, ja, wir haben eine von drei. So, ne, wir brauchen nur noch zwei. Supi, dachte ich mir, äh, Geilo, das kann nicht sein, hat das echt, also gespeichert. Und, ja, 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 zu unserer Freude, zu meiner Freude, es hat gespeichert. Mei, bin ich happy. Ich kann's euch gar nicht, ich kann's gar nicht in Worte fassen, eigentlich. Aber nur eigentlich. So. Da wir ja jetzt, äh, hier sein Tun. Schleiche, 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 schleiche. Werde ich nochmal das probieren. Mit dem Kerl da. Oder den Kerlen. Dass wir sie umhauen können tun. Ja. Das heißt, ich muss diese Deppen irgendwie hierher locken. Oh, war wir. Halt, so geht das jetzt nicht mehr. Äh, ich will mich porten. Schaut, da ist scheinbar irgendwie ein Bug. Da scheint's irgendwie einen Bug zu geben. Total interessant einerseits. Voll komisch andererseits. Was mich auch wundert ist, es sind anscheinend nur drei Kugeln, die wir ausschalten müssen. Ich dachte, es sollten vier sein. Da hab ich mich wohl vertan irgendwie. Unabsichtlich, selbstverständlich unabsichtlich. Ähm, ja, ist, ah, wurscht irgendwie, ne? Jetzt will man nur schauen, dass man den Gratler da, den da, jetzt irgendwie meucheln, niedermeucheln können. Ui. Kommt er wieder? Er kommt schon wieder zurück, ja? Da muss ich besser timen. Wartet mal ganz kurz. Lassen wir den nochmal herwatschen. Äh, watschen? Herwatschen, genau. Entschuldigung. Das ist eine andere Bedeutung. Das würde bedeuten, dass ich ihn verhauen und verprügeln würde. Also, ja. Ähm, lassen wir ihn mal hergehen. Und dann soll er sich wieder verschießen. Und dann hauen wir den da nieder. Gleich von oben. Dann können wir den geschmeidig niederhauen. Ich hoffe halt, dass uns keiner von diesen Bogenschützendeppen sieht. Und dann können wir uns ins Feuerreich, also in die Feuerabteilung begeben. So ist mir mein Vorschlag. Und warten. Sehr gut. Und weg mit dir. Achso, da wären wir schon, ne? Kann ich wieder hoch? Ja. Und schwupp. Äh, verstecken? Danke. Danke. Und da kommt der Kratler wieder. Hm. Vielleicht soll ich ihn mit dem Glöckchen herrufen. Ich probier's mal. Naja, auf jeden Fall. Mir fällt so ein Stein vom Herzen. Ich kann's nicht in Worte fassen. Okay, da wird er mal bis daher hatschen. Ist das so schlau, was ich hier mach? Ich hab keine Ahnung. Ähm. Ich glaub, er, der Bogenschütz, wird mich da entdecken, oder? Bin ich bescheuert, oder was? Stell mal das an. Da drüben steht so ein Kratler, ne? Uh. Ich mein natürlich, das war beabsichtigt. Ja, ja. Das war... Das war mit voller Absicht. Dann würd ich sagen... Hü. 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 Da oben. Da oben vielleicht. Ist da, da, oben, da? Ui. Ist da was versteckt? Schaut irgendwie nicht so aus, oder? Da zumindest bei uns hier mal nicht. Hüi. Hüi. Und da sind wir schon in der Feuerabteilung. Und das ist ebenfalls gespeichert worden. Sehr gut. Ähm. Jo, wie brechen wir hier am besten ein? Ich würd mal sagen, ich lauf da mal eine kleine Ehrenrunde. Um zu schauen, ob hier vielleicht irgendwas versteckt ist, das wir brauchen tun und könnten. Aber schaut irgendwie nicht so aus, ne? Keine versteckte Schriftrolle hier mal. Wahrscheinlich, wenn ich Glück hab, drinnen was. Ich hoffe echt, ich hab nix übersehen, ey. Kann man da? Kann ich da? Moment. Ich hab keine... So. Da scheint niemand zu sein. Das heißt, wir dürfen da mal rein. Look, look. Hä? Da ist niemand. Ich hör was. Da hatscht jemand. Schreitig kommt bei her. Okay. Ich werd's mit nem Glöckchen mal probieren. Okay, da kommt gleich ein ganzer Armee eigentlich. So. Ich will nur prüfen, ob sich hier ne Falle auszahlen würde. Scheiße. Scheiße. Ich wollte's eleganter machen, aber er hat mir ganz hingehauen. Wurscht. Weg ist weg. Ja. Weg ist weg. So ist unser Motto in Zukunft. Weg ist weg. Geilo. So. So. Sprint, 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 sprint. Was haben wir denn hier? Uh. Da steht einer. Mhm. Okay. Mhm. Wie schaut's da aus? Mhm. 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 Okay. Machen wir's spannend. Hui. Das war vielleicht schon zu spannend. Seltsam. Warten. Scheint nur er zu sein. Hat irgendwie trotzdem hingehauen, obwohl das nicht so geplant war. Trotzdem hingehauen. Okay. Ich mein natürlich, das war so geplant. Hahaha. Äh. Ja. Nee, war's nicht. Mhm. 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 Aha. So. Jetzt wär's gut. Zu versuchen, den hierher zu locken. Ui, ich muss weg. So. Mal so dritt der Weile verstecken. Wenn's nämlich nur der eine ist. Ich bin einfach nur... Mutig oder doof. Das kann ich grad nicht beurteilen. Doof eher. Irgendwie krieg ich grad die 100 nicht hin. Aber weg ist weg. Wie gesagt. Uh. Da drin ist es schon. So einfach. Das ist... Aha. Jetzt ist die Frage, ob das nur eine normale ist oder ob das schon die elementare Kugel... Also die Gebietskugel ist, sag ich mal. Die muss ich kurz noch auslassen. Es müssen zuerst alle anderen Wachen abgenippelt werden. Trotzdem ist hier mal nicht schlecht reinzuschauen. Okay, da ist keine Schriftrolle versteckt. Hm, das ist die Frage. Weil es wird ja dann Speicheln tun, ne? Und das wär auch nicht so lustig, wenn's jetzt schon Speicheln und Täti tut. Weil... Es lebt ja noch bestimmt einiges an Gegnern. Wie man das ja in den Fragezeichen sehr gut erkennen konnte. Und kann. Aber wo? Hä? Na nü? Sag einmal, wo sind denn die? Ist das hier echt schon? Ah, ich glaub, ich weiß schon. Da werden die Lichtbarrieren aufgehen, ne? So wird's sein. Dann machen wir die mal kaputt. Ja, dachte ich mir gleich, dass das so einfach nicht gehen kann. Ups, Entschuldigung. Dass das so einfach nicht gehen kann, ne? Yep. So tut's auch sein. Weil es jetzt die einzige... Na, da drüben war noch eine, ne? Da glaub ich, ne? Die Treppe. Da haben wir gar nichts. Mhm. Ich hör was. Irgendwo hadscht hier jemand. Ich bin größenwahnsinnig. Ja, das bin ich. Und ich steh drauf. Und dazu. Und überhaupt. Oh. Glöckchen? Oh, da kommt der Gratler rein. Es sind zwei, ne? Oh, das ist einer. Und das schaut nur so doof aus. Achso, da ist nur einer. Loki. Es kommen 20 Gratler. Mindestens. Wenn nicht sogar 21. Tatsächlich kommen echt zwei. Muss ich mir mal kurz anschauen. Eins, zwei, drei. Da zahlt sich eine Falle aus. Vier. Vier. Das zahlt sich aus, meine Lieben. Komm, Hatsch weg. Das zahlt sich aus. Das machen wir mit der Schattenfalle. Ich muss nur schauen, das E. Und alles ist okay. So. Und noch einmal. Puh, das muss ich mir gut verstecken. So. Ich hoffe, das klappt so. Werden wir gleich sehen. Eins, zwei, drei. Der vierte muss noch. Zwei, drei. Komm, komm, komm. Geh ein bisschen schneller. Und vier. Was? Ach, lustig. Ach, schön. So. Da war der Staubsauger schneller. Ach, schön. So, das heißt, da oben war einer. Wie schauen wir denn da drüben aus? Hm. Da drüben sehe ich mindestens noch ein Gratler. So, jetzt ist die Frage. Rauf, runter, links, rechts. Was haben wir denn da? Look, look. Bogenschütz, irgendwas. Uh, look. Äh, das geht nicht so gut. Look, look. Also auf jeden Fall ist... Wow. Da drüben ist auf jeden Fall mal wer. Ja, ich werde mal raufschleichen. Ganz vorsichtig. Ja, ich und Vorsicht. Da drüben geht einer spazieren. Mal schauen, wie seine Route ist. Das sind dann insgesamt drei. Würdet ihr das bis hierher schaffen? Look, look. Schaut nicht so aus. Das heißt, wir können jetzt unser Glück versuchen. Da drüben krebst einer rum. Ich kann jetzt halt leider keine Falle momentan machen tun. Ist hier Schatten? Ja. Okay. Denn einen muss ja morden, wenn er da ist. Auf alle Fälle. Und dann gleich wegräumen. Die Glocke bin ich mir gerade nicht sicher, ob das eine schlaue Idee ist. Da könnten wieder ungebetene Gegner auftauchen. Da muss ich mir mal die Gegend gut um- und anschauen, ob hier nicht irgendwo eine Rolleschrift versteckt ist. So. Der Gratler kommt schon wieder. Da ist halt eine miese, fiese Dingsquelle. So, warte, ich versuch's mal hier. Na nü. Ja, der eine nur. Das könnte gerade mein Glück sein. Und wegkrieg hier. Ja, Glück gehabt. Sauber. Super und sauber und ich bin zufrieden. Ja. So, wieder Schatte, 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 Schatte. Und jetzt den Gratler da drüben. Irgendwie das hinbekommen. So. Ich glaube, am besten ist es eh, wenn er da steht, wo er jetzt steht. War das deutsch? Ich hoffe ihn doch. Mal so. Uh, da ist ja noch jemand. Boah. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe jetzt nur Glück gehabt. Warte. Wo geht der hin? So. Da kann mir mal hoffentlich nichts passieren. Ist das da vorne Licht? Ja. Das sind zwei von denen, ne? So, wenn ich mal da stehe, passiert mir normalerweise nichts. Oh, vergiss es. Toll gemacht, Alex. Wieder toll. Supi. Kann ich das nochmal machen? Ähm. Ich bin doof. Ach, Dreckverfluchter. Da bin ich das gar nicht mal so schlecht. Da. Eine Unachtsamkeit. Und man kriegt schon aufs Maul. Jawohl. So muss das sein. Scheiße. Da bin ich das echt gut. Ja, dann halt nochmal. Und ab mit dir in die Sch... Was? Das Licht. Boah, ich kriege ein Schier. Hoffentlich sieht denn jetzt keiner hier. Das war doof. Das ist noch doofer. Machen wir halt den alten Glöckchentrick, oder? Aha, Alarm. Na gut. Na, ich muss mir Zeit lassen. Ich darf mir da jetzt halt stressen lassen, weil ich wieder mal gefehlt habe. Ach ja. Dann halt schön geschmeidig wieder. So, langs... Boah. Jetzt habe ich mich vor der Säule erschreckt. Schön geschmeidig. Ist alles gut. Und tschüss. So, du kommst mal in die Schatten. Und vierte. Bravo. Brav. Subi. So. Next one. Boah, da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Oder auch nicht. Passt. Und weg mit dir. Das hat es gar nicht gespeichert, fällt mir gerade auf. Weder das Licht noch sonst irgendwas. Das ist ja aber fies. Das ist gerade aber gar nicht freundlich. Und ob das jetzt schlau war... So. Machen wir halt so. So. Da müsste normalerweise... War das jetzt schon der? Sind wir jetzt mit der Umrundung fertig? Ich glaube, ne? Ja. Tapptarararapapaparaparapapam. Wir machen die Lampe putt. Tapptarapapam. Ne? Speiht nicht. Ich hab mich schwör zu sicher gefühlt. Das war nicht so schlau von mir. Wieder mal. Achso. Jetzt geh ich anderer Seite, ne? Wird ja wohl wurscht sein. So. Look, look. Es ist immer ein bisschen ungut, wenn man da Leute gehen hört. Da ist man noch ein bisschen vorsichtiger. Aber ich glaube, der war ober uns. Ah, da sind wir jetzt. Okay. Ja, der ist tatsächlich über uns. Jetzt sind wir eigentlich da, wo wir gestorben sind. Kommt der auch mal rein? Ich könnte probieren, hier eine Falle aufzustellen. Und zu hoffen, dass ganz viele Deppen kommen. Bitte lasst mich raus. Eins, zwei, drei und der vierte. Fünfte. Wenn wir Glück haben, sieht der auch noch aus. Steht er da? Und? Tschüss. Fünf weg. Einfach so. Boah, das war jetzt aber sehr schön. Das war jetzt grandios. Bravissimo. Bravissimo. So, jetzt müssen wir hier Ruhe haben. Jetzt müssten wir hier normalerweise problemlos rauf dürfen. gut. Gut, der eine ist noch klar. Und die andere Seite ist noch, ne? Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich muss da nochmal schnell raus hier. Äh, zum Schreien unsere Punkte hier auffüllen. Ja, ich stehe ganz doll, ich merke es gerade. So kann ich den super ermorden. Kommt eh schon der Gratler. Ah, der kommt auch hier. Hm, das ist jetzt blöd. Der dreht sich um. Weg mit dir. Und weg mit uns. So, das lief gut. Hü, hüpf. Aha, der geht ganz weit weg. Aha. Gut, verstecken. Verstecken und das beste Hoffen. Da kommt er nämlich wieder. Komm nachher, du Bastard. Hm. Und jetzt. Sehr fein. Und. Bra-missimo. Das lief gut. So, jetzt wäre es aber fein. Den Schrein benutzen zu können. Da unten steht so einer. Da drüben ist noch so einer. Da hinten muss ich hin. Ich und da hin, genau. Ich bin doof. Ich bin doof. Ja, doof. Verdammt. Ja, ich habe gedacht, das geht sich aus. Nein, nein, geht sich nicht aus. Du brauchst gar nicht glauben, dass das ausgeht. Scheiß an der Partizente. Ja. Ich bin doof. Ja, happy failing. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Wah. Dann gleich nochmal blöd. Ich bin so blöd. 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 Ba-brab-bap. Ich bin so blöd. 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 Ba-brab-bap. Ja, ja, so blöd. Ja, blöd, blöd, blöd. Ah ja, dann kann ich ja nicht verschwinden lassen jetzt, ne? Jawohl, jetzt geht er. Dann ist er besser umgefallen. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war ganz schlecht. Und das mit rechts. La, 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 la. Das war so schlecht. La, la, la. Oh, ist das schlecht. So schlecht, schlecht, schlecht. So schlecht, schlecht, schlecht. Das war so schlecht von mir. Oh je, oh je. Da wird mir schlecht. So, auf den Partner. So, den machen wir noch weg, wollte ich sagen. Und den einen Heini da drüben, der da rumhatscht. Aha, da kommt er gerade. Steht im Licht, ne? Freilich steht er im Licht. Weg mit dir. Nein, nicht da hinfallen. Oh, oh. Oh, ist sie ausgegangen. Super. Gut. Das war fein. Na, wenigstens das kann ich ja schon mal, ne? Wenn ich schon so nichts kann, wenigstens das. Tja. So, und kaputt hauen. So. Dann gehen wir halt nochmal da rüber. Aber, weil das hat mir echt gut gefallen. Langsam. Das hat mir echt gut gefallen hier. Und dann an der einen bestimmten Stelle. Hier, machen wir Schluss. Na gut, ihr Lieben. Es tut mir sehr leid fürs Feilen. Ein paar Mal hat es echt schon sehr super ausgeschaut. Und dann kriege ich es wieder mal nicht gebacken. Aber jetzt. Jetzt, da kriegen wir es hin. Bin ich mir sicher. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.